herzlich willkommen zu let's play diablo wir wollen jetzt in die nächste ebene runter genau chris ward hat uns ja in der letzten folge noch gesagt aber wir sollen das und das und das und das und das mitbringen beziehungsweise wir sollen gucken und hat es vielleicht was mit dem mannequin da oben zu tun ich gucke ich gucke nur mal rein interesse halber noch und dann macht manchmal schaltet man ja dann erst was freie rest in peace my friend okay ich glaube das war der nicht gut dann gehen wir mal in die nächste ebene runter kommt ganz schön was los hier was sollen das hören sie auf mich zu belästigen da ist er doch ich muss das zu griswold der ambos Du, 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 du. Du, 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 du. Okay, hier ist wieder ein sehr nutzloser Raum. Äh, ja. Das fetzt jetzt ganz schön. Also die Passage hier fetzt ganz schön. Ei, 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 ei. Was war, was war mit dem los, ey? Oh. Neue Flutter-Männer. Neue Flutter-Männer. Ah, da ist der. Da ist der Chief von denen. Woowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow sorry aber ich muss mich jetzt so hart konzentrieren alter verwalter geile ab direkt noch mal noch ein bisschen leben wir speichern down to level 11 wir haben es doch langsam langsam kommen noch weiter runter wir haben das schon die hälfte jetzt so alter alter verwalter was ist denn das hey okay was ist das denn für ein scheiß wie viel ein bisschen was haben wir noch okay das würde ich jetzt okay 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 schnell hier weg ab town portal los fuck you man boah so du machst mir jetzt mal irgendein geiles darf ich weiß nicht was du uns machst aber irgendwas irgendwas tust du jetzt hello my friend stay a while and listen fuck i can hardly believe it this is the anvil of fury good work my friend now we'll show those bastards that there are no weapons in hell more deadly than those made by men okay ja aber das bringt uns doch auch nichts das ist doch hello my friend stay a while and listen das ist doch wow das ist doch das ist doch wow das bringt uns doch nichts das bringt uns doch nichts hm 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 der ist glaube ich ganz geil obwohl 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 wir da mehr leben aber da haben wir die resistenz ja wir behalten ihn mal so im hinterköpfchen na da werden wir nie wieder finden so wir haben noch drei town portale äh wir decken uns jetzt mal mit leben ein brauchen wir auf jeden fall das ist grad heftig das ist grad heftig mein Freund ah nein ja das passt ja das passt ja das passt so wir müssen unser town portale zurück ja müssen wir ja ja so ja 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 ha und und sie diese punkte ist alle so ab auf in den kampf los das war das für die scheiße die So, 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 also gerade macht zu spielen mich ein bisschen fertig aber so muss es sein genauso genau so muss das spiel dann sein ja ja da will man ja eigentlich gar nicht mehr in die nächste ebene runter wenn man ja gar keinen bock nur auf die nächste ebene die nerven bisschen die sind echt richtig nervig kann ich gar nicht mehr an die erinnern aber vielleicht weil die so nervig waren habe ich sie so aus dem gedächtnis gelöscht also gedacht ach die arschgeigen an die kann ich mich echt nicht mehr erinnern so da oben müssen wir noch ein bisschen lang so dann haben wir hier die standen ja alle hier und haben uns auf geschossen hier die kiste hat mir geöffnet so und dann sind ja voll eskalieren haben alles auf uns geschossen was sie hatten so hier war nichts mehr das heißt wir haben die ebene schon wir sind nach dir hoch dann haben wir eigentlich schon die ebene oh man 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 was habe ich mir nur wieder angetan so 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 das war's hier ne das war's dann gehen wir in die nächste ebene ne wir haben es ja hier puh so und die war jetzt heftig da muss ich echt sagen also vorher war das so ein ja wie soll ich sagen so ein kleiner selbstläufer muss ich wirklich sagen so hu dachte ich mir eigentlich oh läuft bei uns aber das war jetzt heftig und die kann ich auch gar nicht mehr erinnern so 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 Wir brauchen echt mehr Tränke. Eieieiei. So, wenn ihr mir Zwickl sagt nur noch Utensilien mit, die wir auch brauchen. Wir sind hier safe in unserem Käfig, Mann. So, auf jeden Fall nochmal speichern. Oh oh. Mach die Tür wieder zu, man. Das waren verdammt viele. Das war die Tür wieder zu, man. Oh. Oh. ach du heilige scheiße ist man ja nach jedem und gang richtig durch so silberbau brauchen wir nicht ring of the eagles brauchen wir auch nicht dann brauchen wir noch ein bisschen stärke ne noch so da haben wir wieder ein paar tränke die kleinen die nehmen nur platz weg die nehme ich jetzt so die die gehen wir auf der keks die nehmen nur platz weg die ganzen stäbel noch nicht verkauft haben müssen wir auch mal demnächst verkaufen so ich sag doch jetzt alles dann voll mit gold also wenn man das so spielt wie wir jetzt das wirklich alles voll mit gold so so da haben wir die fertig ja die ebene gut ich weiß nicht was hier unten noch kommt deswegen halte ich mal ein bisschen meinen mund und sag nicht die ebene ist auch kleiner kann natürlich sein dass sie kleiner ist aber wir warten mal ab wir warten mal ab so so Na komm, los! Ich hab schon Dicken keinen Bock. So, Level Up. So, wir gehen auf Strange, dass wir halt noch ein bisschen so 45, was wir grad gesehen haben. So. 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 Speichern. Und dann geht's hier weiter. Hu. Heftig, heftig, ne? Komm. So. 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 die dicken gehen noch wenn auch langsam da der baum auf jeden fall 45er stärke ne würd ich halt auch gerne noch anlegen können so ich habe ach gott ich hasse ja schlangen habe ich das eigentlich schon mal gesagt deswegen bin ich so ein bisschen ruhiger in der folge weil ich einfach schlangen hasse das ist auch mega wir treffen den haben wir die ganze zeit ich hasse einfach um zwei recken schlangen also wir treffen die boys echt schlecht ne ich war so optimistisch ne obwohl wir kommen ja schon gut voran ich mein ich mein wir haben ja schon also wir tun ja jetzt nicht irgendwie hier ablosen das meine ich damit nicht aber schon heftig ich glaube wir müssen hier fertig sein der eben der eben soo da werde ich mich auf jeden fall hinstellen wieder raus und dann noch eine abgrund tiefer ich gehe kaputt ich glaube das mache ich immer alles offscreen bisschen da hole ich mir mal dann nehme ich mir mal kurz zeit und verkaufe das alles lauf mal zu der hoch da möchte ich euch nicht mit belästigen ja komm wir reparieren jetzt erstmal das ist ja egal ist doch egal also items plus du text er ist halt auch nicht verkehrten aber every plate moment mal da hole ich mir ein bisschen kohle wir haben ja unsere ganzen häufchen dafür kommen wir kaufen uns den mal und jetzt guckt euch uns an wir machen mehr grundschaden wenn wir das jetzt tragen dann haben wir mehr grundschaden 18 22 und seit mal 15 33 das wir machen hier elf mehr ist halt so ich weiß nicht das ist echt schwer cool haben uns aber wenigstens geil optisch verändert man was macht man dort macht man lieber mehr damage also wie gesagt haben wir mehr grundschaden das hat die wahrscheinlichkeit kommen wir probieren den mal dann legen wir den bogen mal hier hin so jetzt mache ich uns noch mal fertig so das sollte langen und dann werde ich sagen sehen wir uns diesmal vom portal weil ich werde jetzt noch ein bisschen offscreen dann hier alles mal verkaufen wird ja alles mal klar machen bisschen hier aufräumen das sieht ja aus wie sonst was oder wir die sagen sehen wir uns in der nächsten folge bis dahin macht's gut mm-hmm